Oh Gott, das war das schlechteste Versteck, was ich jemals gemacht habe. Ey, wie schnell war das, bitte? Mann! Könnte die Katja sein? Hey, Alter! Was geht? René hier mit... Katja und... Claudio! Oh, Claudio! Claudio! Hallo Claudio! Claudio! René, guck mal, wie hoch ich springen kann, René, guck mal! Und wir sind wieder in Brookhaven, was machen wir heute? Wir sind wieder in Brookhaven! Wir machen heute ein Halt den Zwieg und zwar nur mit einer Farbe. Das bedeutet, gleich wird sich eine Person verstecken und die Person muss mindestens eine Farbe berühren und die Farbe wird von den beiden, die suchen, festgelegt. Ach, zwei Suchen, okay. Ich würde sagen, da ich beim letzten Mal bei Reißdien nicht dabei war, würde ich sagen, verstecke ich mich als erstes. Welche Farbe habt ihr mir rausgesucht? Komm! Katja, hast du Vorschlag? Äh, 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 gelb. Okay, ja, gelb ist eine gute Farbe. Das ist auch so unfair, ich sehe gerade, gelb ist richtig schwierig, ihr seid richtig gemein. So, ich schaue mich jetzt hier mal... Ja, ich gucke auch nicht. So, Katja, nein, Katja geht zu René. Warum soll ich zu René gehen? Wo bist du, Katja? Ich komme zu mir. Och, wo bist du, René? Wo bist du, Katja? Ich bin hier beim Spielplatz, da, wo man es braucht. Ich komme! So, ich bin hier. Okay. So, gelb, okay, ich verstecke mich mal. Viel Spaß damit! Danke! Ey, gelb, gelb ist so schwierig. Eigentlich könnte ich mich, könnte ich mich auch stumpf theoretisch, weil dann... Du hast übrigens 30 Sekunden noch Zeit, die Zeit läuft. Warte, was? Nein! Und warte, äh, noch, warte, Moment, noch eine Regel, keine Erhöhung, ne? Also immer nur unten bleiben. Ja, genau, nur unten bleiben. Ich würde sagen, dieselben Regeln wie bei der letzten Height-and-Sick-Aufnahme mit der Crew. Das bedeutet... Keine Geheimorte. Keine Geheimorte, nichts, was höher ist, ähm, nicht außerhalb der Stadt, kein Flughafen. Aber in ein Gebäude kann ich rein, ne? In ein Gebäude kannst du rein, ja. Ich glaube, viel kommt sowieso, ich meine, diese Geheimorte oder die ländlichen Bereiche oder der Flughafen, da ist eh alles nicht gelb. Ja, was... Weißt du, ich hab so gelb gesagt, einfach nur, weil ich dachte so, hm, also ich sehe was Blaues, ich sehe was Rotes und ich sehe nichts Gelbes. Gelb ist auch eine gute Frage. Ja, Katja, wow. Jetzt haben wir die Frage, ach man, ja, das wird nicht gelb sein, weil ich kenne Katja, die wird sagen, nee, das ist kein Gelb, Claudia, das ist kein Gelb. Ja, sagen wir mal, so was wie Gold oder so leicht-orange-mäßig würde auch noch klargehen. Ja, also ich meine, ja, ja, lass mal. Ja, okay, okay, cool, das ist nett von euch, danke. Gut, dann habe ich, glaube ich, gleich meinen versteckten Moment, ich verstecke mich noch einmal hin. Und das schön, können wir schon suchen? Nein, 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 klar. Ich möchte aber schon suchen, Klamotten. Können wir schon suchen? Nein, warte mal. Wir möchten schon suchen, wir möchten suchen, wir möchten suchen! Okay, wartet. So, nein! Nein, 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 nein. So nicht, Moment. Du wißt aber schon, dass es richtig unfair ist, was ihr gemacht habt, ne? Ja, das wissen wir. Wir haben nix gemacht. Ja, ich habe nix gemacht. Ich habe nur gelb gesagt. Ja, ihr könnt suchen, komm, ihr könnt suchen. Wow, let's go! Gelb wurde gesagt, ne? Das war nicht einfach für euch zu suchen, weil theoretisch müsst ihr einfach nur dahin gehen, wo es nix gelb ist, also wo es gelb ist quasi. Ja, aber es gibt am Ende tausend Sachen. Also die Regel ist ja, man muss gelb berühren. Ja, genau. Und das heißt, es kann am Ende auch einfach nur ein gelber, gelbe Laterne sein oder so, ne? Ja, super. Also du musst nicht mit allen vierten oder mit allen Beinen auf einer gelben Fläche stehen. Ja, super, okay. So. Bist du irgendwo? Ja, okay. Ich sage erst mal nix. Wo bist du eigentlich? Ich habe den hier einfach schon. Was bist du? Wo hast du ihn gefunden? Ja, aber sorry, ganz ehrlich, gelb war so eine unfaire Farbe. Katja, komm her. Ja, 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 ja. Ich sage einfach nur hier drinnen, weil, sorry, ich wusste nicht, wo ich... Was ist das? Was war das? Was ist das? Ob ich so denke, so, ach, der liegt da ja mit einem Karton auf dem Boden, ja, dann wird das jemand anderes sein. Ja, aber sorry, ganz ehrlich, wisst ihr, wie schwierig es ist, bei Gelb was Schnelles zu finden? Ja, Gelb ist schon mies, hast du recht, aber da war schon was Besseres drin. Okay, gut, weißt du was, René, der du mich gefunden hast, bist du der Nächste, der sucht. Ja, okay. Der, der sich versteckt, der sich versteckt. Okay, und, ähm, welche Farbe soll ich nehmen? Blau, komm, blau, ja, Katja? Ja, let's go. Okay, blau. Okay. Ich trinke nichts von meinem, von meinem Saft. Ach, lecker. Ich habe so ein, zwei Ideen, aber... Ich trinke gerade, Katja, willst du wissen, was ich trinke? Ich trinke gerade einen Apfel, Kirsche, Traube, Aronia, Hagebuttel-Saft. Weißt du, was ich habe und was ich trinken kann? Was? Natürliches Mineralwasser. Ach so, Mineralwasser, ja, gut. Ich dachte, Tee. Nee, die habe ich gerade schon gefunden, getrunken eigentlich, deswegen trinke ich noch ein bisschen Also, nochmal kurz, kurz als Nachfrage. Man muss eine blaue Sache berühren, ne? Ja. Okay, genau. Nur damit das nochmal klargestellt ist. Muss es berühren. Egal mit welchem Körperteil, bla 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 bla. Ja, okay. Können wir? Äh, Sekunde. Let's go. Dirk, René? Ja, ihr könnt suchen. Okay, let's go. Boah, ich frage es, ob er halt... Sorry, aber so dämlich ist, René, nicht, dass er sich hier schon versteckt hat. Also, ich muss, ich muss sagen, ich glaube, das ist jetzt auch nicht das beste Versteck, was ich hätte finden können, aber ich wollte jetzt auch nicht ewig suchen. Aber es ist okay. Du meinst ewig verstecken? Ja, verstecken, ja. Ja, sie suchen nach einem Versteck, meine ich natürlich. Achso, ja, klar. So, Katja, weißt du was, wir teilen uns auf, Katja? Ich gehe in die Schule. Ähm, ich gehe zur Polizei. Ach, ist das eigentlich mit Team oder ist das mehr einzeln? Gegeneinander. Wer als erstes will denn noch gewonnen? Gegeneinander. Natürlich. Okay, okay, wir teilen uns auch nicht auf, Katja. Achso, ist es gegeneinander? Natürlich. Anscheinend. Das ist ja immer. Und wir können uns nicht aufteilen. Weiß ich nicht, warum ich es nicht möchte. Oh, ich hätte gerade ein gutes Versteck für gelb gefunden. Schade. Ja, schade. Hi, René, hab dich gefunden. Mann! Was, wo? In der Schule, in der Aula. Warum schon wieder in der Schule? Nein, der Versteck war gut, René. Ja, war okay, hätte aber noch besser sein können. Das Problem ist auch einfach, die Schule ist relativ nah bei dem Ort, wo ihr gestartet habt mit der Suche. Warte, hinter dem Vorhang in der Aula habe ich mich versteckt. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht so viele geile blaue Verstecke gefunden. Und ich dachte, gerade war in der Schule, dann suchte ich mich als erstes in der Schule. So, Katja, weißt du was? Somit kommen wir eigentlich zur finalen Runde, weil theoretisch müssen jetzt machen, René und ich, das jetzt untereinander aus. Ja, tatsächlich. Und weißt du was, Katja, welche Farbe hättest du denn gerne? Mir ist total egal. Such dir was da raus. René, wo bist du, René, eigentlich? Ja, ich bin jetzt gerade immer noch in der Aula. Sollen wir da auch suchen? Ähm, stehen bleiben? Ja, okay, da komme ich in die Aula. Ich könnte gerne stehen bleiben. Für welche Farbe entscheiden wir uns, René, rot oder was denkst du? Rot ist ein bisschen einfacher, glaube ich, aber können wir gerne machen. Nehmen wir rot. Okay, rot, Katja. Aber was heißt denn einfacher, für uns oder für Katja? Glaube für Katja. Wobei, wahrscheinlich ist... Ja, dann lass uns eigentlich hochgehen, dann sieht man da rechnen. Wir bleiben hier. Ja. Komm, wir gucken in die Wand rein oder wir zoomen rein, damit du zufrieden hast, komm. Wobei, ich glaube, die einfachste Farbe ist grün, glaube ich. Weil grün, da hast du automatisch ganz viel Rasen und so weiter, ne? Wobei, da kann man sich jetzt auch nicht so gut verstecken. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn man das dazu sehen braucht. Aber wir wollen eben wissen, es gibt eine Funktion, da kann man sich stummen und da muss man nicht so nervig singen und nervt seine Freunde die ganze Zeit, aber... Aber das Problem ist natürlich, es gibt immer so Leute, die kennen sich mit Hitze nicht so gut aus und die kennen uns nicht so gut aus. Und die haben das erste Mal einen Rechner hochgefahren, deswegen gibt es da einige Menschen, die kennen sich nicht so gut aus, aber ist okay. Warum seid ihr so fies? Warum seid ihr so fies? Warum seid ihr so fies? Was denn? Du hast ein Schild draus, ich will gar nicht wissen, was du da drauf schreibst jetzt. Jetzt kommt zu Claudio der Scammer. Hey, wie kann man was schreiben? Ich weiß... Ach, Claudio stinkt. Nee, ich guck mal. Ich brauch mal anders. Hab ich grad einen Lauf? Ich möchte auch, ich möchte auch, dass du ihn gewinnen, ne? Ich möchte auch, dass ich mich überhaupt... Du kannst... Du weißt schon, dass du gar nicht mehr gewinnen kannst, ne? Nein, ich... Aber ich möchte nicht, dass du mich findet. Du... Ja, aber selbst wenn wir 10 Jahre brauchen, so am Ende geht es nur darum, wer schneller fertig ist. So... Okay, ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay, los geht's. Let's go. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also, rot. Aber... Rot, hast du gesagt, ja, Katja? Genau, es ist ein... Genau, rot. Es ist... Rot ist jetzt ziemlich eindeutig. Hä, wie komm ich hier raus? Ich weiß nicht mehr, ob ich hier rauskomme. Ich mein, rot ist jetzt ziemlich eindeutig. Rot ist rot. Das heißt... Okay, ne Schule ist ja für rot, aber... Das wäre natürlich schon ein... Wilder Move, wenn Katja sich jetzt schon wieder in der Schule versteckt hat. Ich glaub's eigentlich nicht. Doch, ich glaub schon. Ich glaube ehrlich, Katja hat sich echt in der Schule versteckt. Ja, ich geh jetzt schon mal weiter. Also, wild zum Versteck ist natürlich immer hier dieser Krankenhausspot, aber da ist nicht so viel rot, glaub ich. Rot ist ja auch relativ eindeutig. Rot ist ja wirklich rot, dann vielleicht noch so dunkelrot. Ja. Reinrot vielleicht. Reinrot, genau. Aber nicht rosa. Aber nicht rosa. Und natürlich kein braun. So, das geht ja auch in die Richtung, aber braun ist es natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, es gibt relativ viel Rot in Brookhaven, aber es gibt wenig, wo du dich gut verstecken kannst, finde ich. Das sind dann oft so Schilder oder Lampen oder so. Okay, genau. Also, es gibt da drüben diese rote Scheune. Nur damit wir uns da einig sind, die würde ja nicht zum Bereich ziehen, weil das so weit ausgehört ist. Habt ihr eigentlich Zeit, um mich zu finden? Wir haben unendlich viel Zeit. Hauptsache ist, man ist schneller. Viel Spaß. Ich hab so das Gefühl, das Versteck ist jetzt sogar echt gut. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt hätte ich gesagt. Ich könnte mich eigentlich richtig easy finden. Ja, glaubst du? Mhm. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh, das ist echt schwierig, weil irgendwie hat man überall das Gefühl. Oh Gotti, warum hast du dich denn versteckt, ey? Schwierig. Ich bin auch zu ruhig, weil ich gewinnen möchte. Also, ich sag mal so. Soll ich mal einen Tipp geben? Nein, warte noch. Warte noch mit dem Tipp. Vielleicht ein bisschen zu früh. Ist ja auch ganz gut, dass das jetzt ein bisschen dauert. Also nicht ein Tipp, sondern ich kann sagen, wen ich gesehen habe. Nein, nein, sag das nicht. Dann ist es für denjenigen, den du halt gesehen hast, weißt du? René. Was? Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwo hier in diesem Geheimversteck, weißt du? Aber nee, da hast du ja auch nicht. Ich hab echt ein schlechtes Gefühl gerade. Inwiefern? Ja, dass ich jetzt gerade richtig liege, so. Richtig liegst wo? Was meinst du? Richtig liege mit der Ecke, wo ich gerade suche. Wo suchst du denn gerade, René? Gerade im Diner. Und du? Im Diner? Ja, da war ich schon gerade im Diner. Also, meinst du bei diesem Arkade-Laden und so? Ja, genau. Ja, da war ich auch schon. Also im Arkade-Laden war ich tatsächlich. Aber wobei, ich glaube, ich meine noch was anderes. Hier, das Versteck hier, das wäre zu einfach. Da hast du dich niemals versteckt. Kannst du ehrlich da so? Oh Gott, das kann ja sein. Na ja, Leute. Na ja, Leute. Leute, Leute, Leute. Das heißt ja, na ja, du versteckst dich halt gut und was sollen wir da machen? Vor allem, ich war jetzt so ganz grob, glaube ich, in jedem Gebäude. Aber, ich glaube, so grob habe ich alles über angeguckt, aber. Keine Ahnung, dass ich überall bin. Ich bin einfach nur Brookhaven. Ich bin Brookhaven. Ich bin aber überall, Leute. Das kostet ja zwar ein bisschen Zeit, aber ich würde sicher gehen, das ist in dieser Geheimbasis. Da war ich auch. Ja, da war ich schon. Also nicht in der Geheim... Da, wo Ellie sich versteckt hat? Ja. Weil dann würde ich auch nicht sagen, ich habe euch gesehen. Weil das war ja hier, das war ja da oben bei, bei dem Bücherladen oder nicht. Bei der Bank, meine ich. Sorry, bei der Bank. Dann würde ich ja nicht sagen, ich habe euch gesehen. Also kann nicht sein. Ja, wo war ich, wenn es ein Typ ist? Ja, aber dann... Oh mein Gott. Also ich habe nur einen von euch gesehen. Ich habe nur einen von euch gesehen. Ich habe nur einen von euch gesehen. Ich glaube, die habe ich glaube ich nicht gesehen. Ja, das heißt... Oh, Renee, also bist du doch richtig gewissen. Ui. Okay. Hast du gerade einen guten Tipp bekommen von Cartier. Ja, aber das Problem ist ja... Okay, das war ja relativ weit am Anfang. Aber das Problem ist natürlich... Ich habe es ein bisschen... Ja... Da kommen... Auch wenn es am Anfang war, da kommen jetzt tausende Orte in Frage. Also... Bei mir ist nicht so viel. Ja, ich weiß. Deswegen ist es auch kein richtiger Tipp. Aber... Aber das Ding ist... Man merkt... Also... Du hast einfach nur richtig... Also... Du meintest gerade, dass du grob in jedem Haus geschaut hast. Und das war auch richtig grob. Weil... Mich sieht man eigentlich. Mich kann man eh sich finden. Ja... Aber in der Kernbasis ist es hier auf jeden Fall nicht. Ja, aber jetzt die Frage... Jetzt weiß ich ja nicht, worin ihr überall hingelaufen ist. Weißt du? Überall? Ich... Ähm... Weiß es auch nicht mehr. Habe ich wohl vergessen. Na ja... Dann sitze ich hier einfach nur rum. Und warte einfach nur auf euch, Leute. Ihr kommt ja einfach nur nicht. Warum kommt ihr nicht? Wo seid ihr? Ich such jetzt nochmal... Ich such jetzt nochmal ein bisschen genauer. Naja... Ja, dann sag mal, ob du mich auch gleich siehst, okay? Oder mich gesehen hast. Ja, klar. Ich sag das auf jeden Fall. Naja, also... Ich sag es aber nicht, wenn ich dich sehe, sondern... Ja, klar. Du sagst dann... Zeitversetzt. So, ich lauf jetzt einfach nochmal meine Route vom Anfang ab. Und versuch nochmal gründlicher. Hä? Ähm... 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 Ja, in der Schule war ich gerade auch schon. Aber... Also da hab ich... Vielleicht hab ich da auch was übersehen. Aber ich glaub das... Nichts. Nee. Nee. Bist du in der Schule, Katja? Ich sag nicht. Ich sag's das nicht in der Schule. Du bist du nicht... Ah! Ah! Okay. Aber das verstecke ich schon gut. Wo war sie? Aha! Im Rathaus. Im Rathaus? Was denn das... Ah, das Rathaus, das kenn ich gar nicht. Geh mal ins Rathaus. Einfach hier so ein... So ein Zaubertrick. Einfach der Kopf auf den Spül drauf. Wo ist denn das Rathaus? Äh... Da wo das Auto vom Krankenhaus war, glaub ich. Claudio, guck mal, wer auf dem Balkon steht. Hier steht da... Der neue und alte Halt und Siegssieger. Da bin ich drauf vorbeigelaufen. Geh mal da rein und äh... Oh nein! Ich bin... Ich bin nur zum... Katja, bleib mal da wo du bist. Ja, ich bleib da. Okay, ich hab's jetzt schon so halb paraten. Aber Claudio, such mal. Vor allem auch... Ich war hier. Ah, ich seh's ja. Nee, ich war da... Ich war da gegenüber. Boah, wie gut ist das denn? Ja, klar. Aber vor allem ist es ja auch so dieselbe Farbrichtung und auch sehr dunkel. Ja. Also... So einfach war das jetzt nicht. Ah, natürlich. Und somit hat René das heutige Heidenstick gewonnen. Ja! Herzlichen Glückwunsch, René! Und ich hab... Und ich hab das Ding gewonnen. Danke. Ich hab das Spiel gewonnen, nämlich... Du hast auf jeden Fall... Katja hat auf jeden Fall gewonnen fürs Beste Versteck. Ja, genau. Und ähm... Ja, Claudio hat ähm... Auch mitgespielt. Claudio hat einfach nur nicht mal gespielt. Ich hab erfolgreich teilgenommen. Ich hatte schöne Bilder. Ich hab gut freigesprochen. Ja. Oh, hallo? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte das auch jetzt haben. Ach, da! So, Freunde! Wenn euch aber das Video auf jeden Fall gefallen hat, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Lasst uns auf jeden Fall wissen, ob wir das Ganze nochmal spielen sollen. Und äh, wenn Katja und... Oh, Mann ey! Freunde, wisst ihr was? Ich geh einfach alleine. Ich mach dir das ultra alleine. Mann! Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Leute! Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich meine... Ja, mir auch. Ja, da kommt der, da kommt der schon. Guck mal, da kommt der. So, das ist er wieder da. Ja, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nochmal einen Height & Seag mit uns sehen wollt. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Ideen, wie wir nochmal weiter Height & Seag spielen werden in Brookhaven. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr uns so sehen wollt. Und dann würde ich sagen... Wir sehen uns beim... Nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!